Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum meinem Let's Play to Prince of Persia Warrior Within. Joa, für mich ist jetzt überhaupt keine Zeit vergangen, für euch ist es ein Tag. Und jetzt schaue ich doch mal, ob ich jetzt hier zurückgehen kann. Oh, das ist super. Das klappt also wirklich. Und, joa, dann werden wir jetzt mal sehen, ob wir von hier aus, äh, einen Weg zurück in den Thronsaal finden. Und ob wir eventuell sogar auf den Dahaga treffen, also, das ist ja das, was mich jetzt, was wir eigentlich am, am meisten Sorgen macht. Au. Nene, 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 nene. Du kriegst mich hier ja nicht, denn ich spinn im Wasser. Haha. Wow, stylisch durchgerannt und noch einmal. Was mach ich hier eigentlich? Ich trinke jetzt hier einfach nochmal was, also... Ich werde meine Herren. Scheiße. Wow, was war das jetzt gerade? Die und... So. Ah, ich hab mich nicht gefuckt. Ja, die Musik gerade, ey. Wir fliehen doch gar nicht vor dem Dahaga. Wo muss ich jetzt lang? Muss ich jetzt hoch, oder? Die Herren will mich tot sehen, aber, äh, ich hab sie eigentlich schon getötet, ne? Und... Ihr habt die Wahl. Lauf oder sterb! Geil! Oh, ist das Schwert super gegen die... Warum können wir das nicht immer haben? Die Herrscherin wird über meinen Sieg hoch erfreut sein. Jetzt muss ich gucken. Ach, das war der Spaß. Zack, 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 zack. So, da nochmal ran. Und dann... Oh, oh. Ich... Ich seh schon. Ey, was... 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 Du denn jetzt? Ach, dann geh ich halt da lang. Ich dachte eben, jetzt... Jetzt kommt der Dahaga... Ich werde euch nicht den Triumph gönnen, in meiner Niederlage packen. Doch, wirst du wohl oder übel tun müssen. Naja, also, wir sind jetzt hier die ganze Zeit. Das finde ich voll cool, dass wir hier überall schon waren. Also, das ist so geil. Ach, da einfach hoch, ja. Also, das ist das, was mich... Was mich richtig erfleut. Weil... Macht jetzt... Ach, der kann sich doch festhalten. Mensch. Ey. Blöder Prinz. So, äh, jetzt hat's aber an meiner Tür geklingelt. Bis gleich. So, Leute, weiter geht's. Ich hab jetzt sogar wirklich mal überprüft noch, äh, ob bei mir alles richtig eingestellt ist. Und, ja. Mal schauen, was uns jetzt noch so alles erwartet, ne? Also... An sich... Hier waren wir ja schon überall. Und... Jetzt kommt natürlich die Frage... Hä? Ähm... Auf was werden wir jetzt noch alles... Ähm, stoßen? Bis wir... Bis wir unser Schicksal, äh, ändern. Was mach ich hier eigentlich? Geh ich jetzt schon wieder runter? Oh, das war... Naja, mehr oder weniger knapp. Hä? Leute? Ich bin ein Idiot. Wir sind wieder am Anfang. Oder? Ja. Super. Mann, jetzt sind wir hier... rum für nix. Oh, oh. Ich fange an zu... Mich in den Sand zu verwandeln. Das finde ich jetzt gerade gar nicht gut. Sagt mir, wenn ihr für den richtigen Kampf bereit seid. Ach, Mann. Hier. Tschüss. Tut mir leid. Ich... Ich... Ach, scheiße. Wann mal. Klappt dat? Nein, das klappt auch nicht. Scheiße. Ich muss da runter oder so. Oh, scheiße. Alter, was mach... Was mach ich hier überhaupt? Fuck. Ich dachte, ich wäre auf dem richtigen Weg gewesen. Muss ich vielleicht da rein? Bin ich zu weit? Bin ich in die falsche Richtung? Scheiße. Scheiße. Ach, verdammt. Nochmal. Komm. Los. Und. So. Es ist ja... Es bleibt ja nur dieser Weg... Übrig. Da oben geht's ja nicht lang. Mensch, ey. Und wieso geht er da nicht weiter? Ich könnte kotzen. Das ist so ärgerlich. Und ich lauf hier... Und ich sag noch... Ich rede noch davon, dass wir hier eigentlich alles kennen. Nö? Ach. Das war doch... Hatten wir doch eben schon. So, genau. Jetzt sind wir wieder hier. So. Und ich muss eigentlich da unten an das Seil. Und da muss ich dann, glaub ich... Lang. Hm. Hm. Das klappt also nicht. So, jetzt bin ich aber doch genau wieder an der Stelle, wo ich eigentlich... sagen kann, das war für'n Arsch. Oder etwa nicht. Denn jetzt bin ich wieder nur hin und her. Ach, Mensch. Ich muss kurz überlegen. Ich frag mich, ob wir überhaupt noch Leben verlieren. Anscheinend ja nicht. Ich... Hm, Mann. Ich steck grad voll auf'm Schlauch. Kann ich da irgendwie rüber? Nicht dort. Dort komm ich dorthin. So, genau. Und ich war jetzt hier so schlau und... Wenn ich jetzt hier bin. Ach, Mist. Muss ich nochmal kurz gucken. Ach, nee. Da geht's nicht lang. Da sollen wir auch nicht lang. So, 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 so. Da wollen wir hin. Wir müssen da hoch. Wir müssen also irgendwie... Ja. Genau. Oder sind wir von dort gekommen? Ist das nervig. Ich hab... Ich glaub, ich bringe mich jetzt gleich aus Frust immer nur noch um. Da landen geht nicht. Es bringt nichts. Kann ich mich hier festhalten? Ach, du Scheiße. Ich glaub, ich muss da runter, oder? Ich muss mal kurz so gucken. Aber was bringt mir das? Es bringt mir irgendwie auch nichts. Ich weiß nicht mal mehr, wie wir damals hierher gekommen sind. Und was wir dann hier gemacht haben. Ich mach hier gleich aus lauter Frust, mach ich jetzt hier gleich einen Suizidlauf. Ja, ne? Ach, ist das ärgerlich. Ui. Es ist irgendwie lustig, sich ab und zu jetzt irgendwie hier so aus Frust umzubringen und dann wieder da zu sein. Aber okay. So. So, also wieder hoch. Es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Aber kann ich vielleicht... Nein. Ich wollte jetzt gucken... Ey. Was machst du? Ey. Mann. Ich will... Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ey. Ich hasse dich. Und ich hasse die Steuerung. Jetzt macht er den. Ey. Was soll das? Ist das so schwer? Ich will nämlich jetzt gucken, was ich jetzt hier eventuell... doch noch machen kann. Das ist aber anscheinend nicht viel. So. Um mich das testen zu lassen, hat der weiß ich wie lange gemacht. Egal. Ist halt ein... Ist halt ein... Ist halt ein Idiot. Punkt. Hä? So, jetzt sind wir wieder hier. Zum dritten Mal. Ich will das kaputt machen. Ja. Finde einen Weg in den Thronensaal. Weiß ich. Dann zeig mir den Weg. Geil. Okay. Geil. Das war ein super Move. Ja. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Hier hatten wir dann ursprünglich unsere Slow-Motion-Kraft herbekommen. Genau. Da haben wir es nämlich kurz davor jetzt hier bekommen. Aber diesen Part, Leute, den werde ich schneiden. Weil, wie man sieht, habe ich jetzt, weiß ich wie lange jetzt hier dran gesessen und das kann ich euch nicht antun. Das, also, ich will mir das nicht... Obwohl. Ich mach's mal so. Ich kann dadurch, äh... Ein bisschen, äh... Ein paar... Ein paar Parts gut machen. Ist zwar dann nicht mehr ganz so, äh... Nicht mehr ganz so spannend für euch vielleicht, aber... Naja. Das dürften jetzt wieder einige Minuten sein. Und ja, wenn es halt wieder mehr so 24 Minuten sind, dann werde ich es diesmal wirklich schneiden. Wenn nicht, habt ihr Glück. Dann ist es nur ein Part. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns auch noch im nächsten Part und... Ciao, ciao.